... Vorsicht Baumstamm. Oh ne, das ist Mast. War mein Baumstamm. Hat bestimmt wieder so'n Cykoi nach oben gefahren. Der Wurmwagen ist ja da hinten. Ja genau da. Oh, Spieler! Hallo, überfahren wir den Wolf. Überfahren den Wolf. Der bedroht diesen armen Mitbürger. Nee. Entschuldigen Sie mal kurz. Wir hätten kurz eine Frage. Können Sie mal kurz stehen bleiben? Wow, Vorsicht. Ja, gut, keine Panik, wir schießen nicht. Don't worry, äh, German? German? You're friendly, don't worry. Are you German or... ... ... ... ... ... ... ... ... Hm. Ehh. Could you put down that weapon please? Thanks. So it's okay? You can pass. Yeah. Move along. Okay. Move along. Move along. See ya. Es gibt doch noch anständige Bürger, oder? Aber die Waffe hat mich nervös gemacht. Die hätte ich gebrauchen können. Oh, Linkspieler, Linkspieler, Linkspieler. Linkspieler. Auf dem Highway hier. Dreh den Angriff. Wir brauchen einen Megapunk. Hey, Buddy. Steh bleiben, bitte. Ach, das ist der wieder? Oh, bitte. Dich Camper. Okay, alles gut. Weiter gehen. Ciao, ciao. Seh mal die Kirche, wo was. Ich krieg mal die Lager. Ist ziemlich verdächtig. Ich schaue auch mal mit. Ich schüsse. Ich schüsse. Ich schüsse, oder? Ich gehe links in den Raum rein. Okay. Close over. Ah, was heißt over? Genau. Ist мне sauerst du mir sauer? Okay. Ich check ihn. weiter hier ist noch eine geschlossene tür hey du bist bereit? jo hey hey wo? wo? keiner muss hier sch- dann du hast auf uns geschossen ist zu spät dafür soll ich reinkommen? ja komm rein, wir brauchen Unterstützung mach die sirene an bitte? du hättest nicht aufm schießen sollen? ja sind wir ja Zeit zum Aufgeben, Kati ja, so ist das ne weil nicht der netter vor uns geschossen hat ne, wenn ich jetzt aufgebe, ihr exekutiert mich doch sowieso, oder? nein, nein, wir werden dich nicht exekutieren wir haben ein paar Leute jetzt schon laufen lassen da vorne war gerade erst wieder einer, den wir gehen lassen haben also, ich schwöre, wir tun nichts komm 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 wir tun wirklich nichts ja, wir sind die wir sind die meinen Bogen eh gerade kaputt gegangen, also soll ich mich auf die Rückbank setzen, oder was? oder einfach laufen? Ach was, äh... Am besten einfach laufen. Nee, nur ne Frage, hast du hier noch irgendwo wen in der Gegend gesehen oder so? Äh, nee. Jetzt gerade nicht, also mit diesem Leben hier noch nicht. Weil wir sind auf der Suche nach diesem Typen mit dem Pickup, weißt du? Okay, äh, nee. Hab ich nicht gesehen. Oh scheiße, ey. Tut mir leid mit dem Fall, Laufbeier. Ich hab auch einen abbekommen und er sagt mir nichts. Ja, du hältst das aus. Tschö, tschö, viel Spaß nach. Ich auch. Viel Erfolg bei euch, was ist super. Vielen Dank. Danke. Der harte Alltag eines Polizeidärbenden. Ja, oder echt? Kämpfe mit Bögen in der Kirche. Ah, da hat er sich echt schon hinten reingekämpft, ne? Ja, der hat schon gewartet. Ja, du hast die Tür aufgemacht, dann kannst du sofort den Pfeil entgegen, ey. Das tat weh. Ja, ich hab ihn auch einmal erwischt. Äh, wo war, wo ist der Wolf? Oh, der Hund. Ja, ich hab ihn auch mal erwischt. Ja, jetzt schauen wir mal, ob das auch noch fährt. Jawohl. Mit G müsstest du deine Lichter anmachen müssen, ich, äh, anmachen können und mit X vielleicht rufen, ich weiß nicht. Teste mal. Ja. Okay. Ah, äh, linke Schiff müsste ein Booster von dir sein. Oh, guck mal, wie das Ding auf ihm abgeht. Das ist ja geil. Könnte ich doch mal wieder waschen. Ja, keine Zeit. Wow Tommy! Könnten Sie bitte vom Auto weg? Das ist nie passiert. Nice one!